Und natürlich auch bei P1 ist es genauso wie bei P1, man arbeitet immer in ein grosses Klang, beim Winter ist es noch mehr. Das mische ich dann im Nachhinein zusammen. Das sind kaputte Flugzeuge stehen und so weiter, aber auch richtige. Da sieht man auch diese Themen. Jetzt schließt er eigentlich wieder das ganze Fahrzeug. Das ist 1 in 1 zum Beispiel, um den Grill auch kleiner zu bekommen, von der Größe her. Ich finde schon, man hat den Ding vor dem Grill und das ist ein Familienmerkmal. Das ist ja, sagen wir mal, die Leuchte im Prinzip, wie sie jetzt im SEL-Fahrzeug ist. Also ich gehe wirklich mit der Schräge nochmal mit, mit dem Grill. Das macht der A8 zum Beispiel nicht ganz gut. Und jetzt haben wir noch die Verschiedene, die wir jetzt haben. Und jetzt haben wir an den Grill. Und jetzt haben wir an den Grill. Genau. Elias. Aber. Ich bin toute. Ich bin auch fucking cool. Ich bin auch von zwei.